Ein Wagen von der Linie 8, weiß man auch, wer trappen durch die Stadt. So fährt der Wagen schnell dahin, die Menschen, die im Wagen drin, die schauen gar grantig, niemand lacht, Gott riecht in Wagen von der Linie 8. Nächste Haltgestelle, Haras, Waldfriedhof, umsteigen. Ach, bitte schön, Herr Taffner, Max Weberplatz, muss ich jetzt da umsteigen? Nein, erst am Stachus, in die Linie 19 oder 4, da bitte aussteigen lassen. Aber Leute, lass doch gleich raus, ne? Lass es halt raus. Geh halt weg, du alter Depp. Der geben halt einen alten Deppen, du Rutzleffi, du Rutziger. So ein schwindsichtig Zigarettenbierst, ein Lachos Mayer, ein Dreischel. Wie ein alter Münchner Bürger, der 50 Jahre seine Steuern und Abgaben zahlt hat, da hört sich doch alles an. Aber nein, wollen wir, geht's halt auf Zeiten, dass wir reinkommen. Da hockt der Jeter drin und liest Zeitung, als wie wenn er 5 Mark zählt hat für den Speersitz. Und wir warten da heraus, bis die Verdrusslinie mal daherkommt. Auf Zeiten, himmel schaub, aber nein, da mal. So ein narrischer Kampf, ihr narrischer. Vorsicht, der Wagen ist besetzt. Ein Wagen von der Linie, ach, die die Mitte ging. Weiß-Blau fährt Ratten durch die Stadt, noch niemand ohne. Sie lümmeln sie. A Preissan, und jetzt wird's recht. Ruppbergstraß, Zoologischer Garten, Umstein. Ach, bitteschön, Herr Schaffner, Max-Schweber-Platz. Muss ich jetzt da oben? Nein, noch lang nicht. Erst am Stachus in die Linie 19 oder 4. So, bitte, aussteigen lassen. Aber Leid, lass doch gleich raus. Lass sich holen raus. Bitteschön, ich möchte aussteigen. Ja, dann steig halt aus. Ja, aber ich kann nicht. Ja, dann kann er da auch nicht helfen. Vorsicht, der Wagen ist besetzt. Ja, ich möchte doch aussteigen. Ja, das hättest du früher überlegen müssen. Ein Wagen von der Linie ab in die Mitte gehen. Ja, komm ich ja wieder nicht hinaus. Weiß-Blau fährt Ratten durch die Stadt. Bei der Endstation, da geht's nachher schon. So drücken sie doch nicht so. Ich drück ja nicht dahin, drücken sie. So fährt der Wagen schnell dahin. Hast sie gesehen mit den roten Fingernägeln? Die Menschen, die im Wagen drin und zwei angestrichen. Da graust man schon. Nein, Perk, alles wie in einem Schach. Lieber noch ein angestriches Mal, das wäre so ein bissiges. Da drücken im Wagen der Linie ab. Da häupt man es bitte zusammen, wenn es um so ein Flitscherl geht und man so ein Umzug. Da hört sich doch alles auf. Ach, bitteschön, Herr Schaffner. Max Weber Platz. Nein, er stammt stark. Jetzt lassen sie einem nur Zeit. So bitte aussteigen lassen. Erst die Plattform freimachen. Bisschen rascher aussteigen. Ach, schau, warte, die Rutschen. Schau, warte, warte, dass es aussehen gibt. So strittet er ins Kreuz rein. Ist doch unglaublich. So spricht man doch nicht mit einer Dame. Da dran, dann gibt es keine Dame. Nein, da gibt es bloß einen Hammi, gell. Ist ja wohl auch nicht. Ich drücke dich schon wieder rein. Los doch gut. Zuerst nach, ihm ist Apprament noch einmal. Vorsicht, der Wagen ist besetzt. Ein Wagen von der Linie 8 in die Mitte gehen. Weiß-Blau fährt rattert durch die Stadt noch jemand an. Die Menschen, die im Wagen drin schauen, Leute, los doch gleich nausend. Nehmen Sie doch Rücksicht auf eine schwäckliche Frau. Schwäckliche Frau. Reden wir gleich an Helmung. Nein, dass wir drittwolle krochen. Dies mag ich. So was gibt es ja nur in Bayern. Sie ist ja auch schon die prassische Krochenkrochen. Das ist noch nicht. Also jetzt lass doch gerade mich aufsteigen. Ich muss ja ein paar haben, sonst wird mich für meine Züge nicht mehr aufsteigen lassen. Aufsteigen lassen. Vorsicht, der Wagen ist besetzt. Ein Wagen von der Linie 8 in die Mitte gehen. Weiß-Blau fährt rattert durch die Stadt noch jemand ohne. Sie lassen sich einen Nosen-Trippel nicht gerade auf mich fallen. Da hinaus kann ich es auch nicht fallen lassen. So fährt, wir warten schnell dahin. Fahrberechtigungsausweis. Da schaut jetzt mancher Grad ausdringen. Aha, zwei Mark. Ja, freilich. Ja, das war doch, ja. Na, dann steigen sie aus. Jawohl, das du, ich gebe es dir auch. Da muss er so raus. Nächste Haltestelle, Gabelsberger Straf. Steigt jemand auf? Ach, ich bin schön, Herr Schattner. Max Weberplatz. Jetzt ist die neue Welt. Oh mein Gott. Ich habe sie ihnen doch 20 Mal gesagt am Stachkuss. Bei der letzten Station, da hätten sie raus müssen. Was? Oh Gott, oh Gott. Mich drückt, du schlag. Gut, na bleib sitzen bis zum Nordfriedhof. Vorsicht, der Wagen ist besetzt. Ein Wagen von der Wagen von der Wiener ab in die Mitte ging. Weißblau fährt weiter durch die Stadt. Ich bin so, 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 ich bin so. Vielen Dank.